Simon arbeitete im Bereich Gartenbau und pflegte den Kontakt zum Logistikleiter. Der Logistikleiter schätzte Simons Kompetenzen und es kam zu einer Anstellung. Hallo, mein Name ist Simon, das ist mein Gebärdenname. Ich bin 25 Jahre jung. Ich arbeite hier als Logistiker im Kantonsspital Baden. Aufgrund der Größe des Spitals trägt Simon eine große Verantwortung. Alle Stationen müssen rechtzeitig mit ausreichend Material versorgt werden. Was mache ich jetzt auf der Arbeit? Ich arbeite hier im Bereich Kommissionierung. Ich stelle das Material zusammen. Ich hole das Material und hake es auf der Materialliste ab. Ich arbeite alles nacheinander ab. Danach stelle ich den Wagen mit dem Material ab. Dann wird ein Materiallieberschein erstellt, den ich entgegennehme. Ich transportiere das Material für die einzelnen Stationen im Spital. Bei den Materialien handelt es sich um medizinische Utensilien und Verpflegungsmaterial. Innerhalb des Zentrallagers nimmt Simon ebenfalls Umlagerungen vor, wenn aus Platzgründen die Materialien an einen anderen Ort eingelagert werden müssen oder wenn das Lager optimiert wird. Musik Im Spital gibt es zwei Kleinkansporter. Mit dem Kleintransporter transportiere ich die Wegen hier hinten. Vier Wegen sind miteinander verbunden. Dort drin befindet sich das zusammengestellte Material. Ich liefere es dann an die Stationen, die auf dem Materiallieferschein ausgewiesen sind. An die Wäsche High, den technischen Dienst, an unterschiedliche Stationen. Das Spital ist groß, deswegen ist es gut, dass ich den Kleintransporter hier habe. Auch liefere ich nicht benötigtes Material zurück ans Lager. Das ist Materialarbeit. Aufgrund der schmalen Gänge erfordert das Lenken des Fahrzeugs eine hohe Konzentration. Für Simon kein Problem, er hat das Lenkrad voll im Griff. Nach der Bewirtschaftung der Stationen fährt Simon ins Zentrallager zurück. Meine Arbeit im Spital beinhaltet verschiedene Tätigkeiten. Das liebe ich. Die Arbeit in einem großen spitalischen Haus geordert. Wenn viel Arbeit anfällt und niemand außer mir hier im Lager ist, entsteht Zeitdruck. Ich arbeite dann schnell und konzentriert im Lager. Simon nimmt hier eine Warenlieferung entgegen. Er prüft die Menge und Qualität der Ware und verbucht das gelieferte Material via Computer. Nun wird die Ware zur Einlagerung im Zentrallager vorbereitet. Damit die Arbeitskollegen mit Simon gebärden können, bietet er einen Kurs für sie an. Seine Arbeitskollegen haben viel Freude daran und machen motiviert mit. Ich gebe einen Gebärdenkurs. Doch wie kam es dazu? Als ich angefangen habe zu arbeiten, fragten meine Kollegen, wie sie mit mir gebärden können. Ich zeigte ihnen verschiedene Gebärden und sie waren sehr interessiert. Auch findet einmal im Monat eine Bildungsveranstaltung für das Team statt. Mit verschiedenen Themen wie zum Beispiel zur Durchführung von Operationen oder zur Gebärdensprache. Ich bin mit der Gebärdensprache aufgewachsen und habe die Einmeldung bekommen, zu diesem Thema zu referieren. Ich referiere für alle Logistiker, mit denen ich zusammen arbeite. Sie sind positiv gestimmt und interessiert. Sie stellen viele Fragen, die ich sehr gerne beantworte. Ich bekomme Gänsehaut davon. Vermittelt werden die Gebärden für nützliche Begriffe aus dem Logistikbereich. Der Kurs stößt bei den Kollegen auf große Begeisterung und soll nun mehrfach durchgeführt werden. Ginier Ahnung eine Frage auf Sie zum Beispiel. Sie bleiben auf die König, als Sie haben, Sie schauen auf Sie. Die Reaktion.